Tropfende Brust, was ist das genau? Es ist zwar in manchen Situationen peinlich, aber dass die Brust tropft, gehört zum Stillen meist dazu. Manche Mutter verlieren gar keine Milch, bei anderen Frauen tropft jedes Mal beim Stillen immer die Brust, an der das Kind gerade nicht liegt. Die Mehrheit der Frauen verliert morgens, wenn der Milchvorrat am größten ist, regelmäßig Milch wahrend des Stillens. Wie kommt es dazu? Sie verlieren dann Milch, wenn ihre Bruste so voll sind, dass sie regelrecht Oberfliesen, oder wenn der Milchspender-Eflex ausgelost wird, zum Beispiel dadurch, dass ein anderes Baby im Raum weint, oder sie ihr Kind an der anderen Brust stillen. Kann man tropfende Bruste behandeln? Es gibt keinen Trick, der den Milchfluss garantiert stoppen kann. Es kann aber helfen, wenn Sie bei sehr vollen Brusten entweder stillen oder abpumpen. Falls Sie in den ersten Tagen des Stillens tatsächlich viel zu viel Milch produzieren, achten Sie darauf, dass Sie Ihrem Kind genau dann die Brust geben, wenn es danach verlangt. Probieren Sie zudem verschiedene Haltungen beim Stillen aus. Sie werden sicher bald einen Stillrhythmus finden, der vor Sie und Ihr Baby am besten ist. Sie können Ihren Milchoberschuss nicht kontrollieren, aber Sie können ihn einplanen. Falls die eine Brust immer tropft, wahren Sie Ihr Kind an der anderen Stillen, dann legen Sie ein Tuch oder eine Stilleinlage in Ihren BH, bevor Sie Ihr Kind anlegen. Es gibt auch Milchauffangskalen, zum Beispiel von Medela, Nug oder Avent, die Sie in Ihren BH schieben können. So feuchtet nichts durch, und Sie können die so aufgefangene Milch zum Beispiel einfrieren, und Spater verwenden. Falls Sie, mit oder ohne Kind, unterwegs sind, packen Sie ein sauberes Oberteil und Stilleinlagen ein Komma, passt immer irgendwie in die Handtasche, oder in die Wickeltasche. Oder tragen Sie Muster, auf denen Milchflecken nicht so auffallen. Falls Sie das Gefühl haben, dass die Milch in einem ungünstigen Moment einschießt, verschranken Sie die Arme vor der Brust, und drucken sanft dagegen. Das kann den unerwarteten Milchfluss stoppen. Und schließlich, wenn Sie Stilleinlagen benutzen, dann denken Sie daran, die feuchten Einlagen auszuwechseln, so verhindern Sie, dass sich Bakterien vermehren, und sich in der Folge Ihre Brustwarzen entzünden. Wie lange muss ich damit leben, dass meine Bruste tropfen? Vermutlich werden Sie während der ersten Wochen, in denen Sie stillen, damit leben müssen, dass Ihre Bruste unerwartet Milch abgeben. In dieser Zeit reguliert sich die Milchmenge, und gleicht sich dem Bedarf Ihres Babys an. Bei vielen Frauen ist dieses Problem spartestens nach sechs bis zehn Wochen stillen wie von selbst verschwunden. Bis dahin stellen Sie, und Ihr Baby sich aufeinander ein, und finden einen vor beide Seiten angenehmen Rhythmus von Angebot und Nachfrage. Machen Sie sich klar, dass Ihre tropfenden Bruste vor allem zeigen, mit welch großem Einsatz Ihr Körper Milch vor Ihr Kleines produziert. Kann ich weiter stillen? Ja. Je oft er Sie stillen, desto geringer ist sogar die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Bruste oberfließen. Nimmt mein Baby Schaden? Nein. Die einzige Auswirkung auf Ihr Kind, es wird davon profitieren, dass Sie es stillen wollen. Make sure to subscribe to this channel, and do not forget to click on notification bell, so whenever we upload new video with cool tips and answers, you will be updated. Also please give this video a big thumbs up.